Die Vermittlung eines Jobs für Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten ist nur eine Seite der Medaille. Die nachhaltige Integration der vermittelnden Personen in Unternehmen ist die andere. Das weiß auch Alex in einer vermittelnden Organisation arbeitend. Alex ist also sehr wichtig, dass die bereits vermittelnde Person auch möglichst lange im Unternehmen bleiben und dass bei Problemen möglichst schnell reagiert werden kann. Alex möchte dazu vermehrt auf digitale Tools setzen, weiß aber nicht so recht, wo angesetzt werden soll. Was bedeutet Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung? Hier gibt es keinen europaweit einheitlichen Begriff in der beruflichen Bildung von Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten. Für unseren Fördergeber ist es als nachhaltig zu betrachten, wenn das Arbeitsverhältnis länger als drei Monate andauert. Dies variiert aber natürlich je nach Fördergeber und natürlich nach Bundesland bzw. Land. Im besten Fall und aus unserer Sicht natürlich das beste Szenario ist es, wenn dieses auch nicht danach gekündigt wird. Leider ändern sich manchmal Firmen, Umstände und Personen und es ist auch trotz allseitiger Bemühungen nicht zu verhindern. Aber durch gezielte Maßnahmen und Angebote kann ein Arbeitsverhältnis weit über die Vermittlung hinaus aufrechterhalten werden. Hierbei kann Digitalisierung sehr gut unterstützen, um mögliche Schwierigkeiten möglichst früh zu erkennen. Wie kann die Digitalisierung jetzt aber dazu beitragen, dass die Arbeit von Alex nachhaltiger ist und Probleme im besten Fall möglichst früh erkannt werden? Es ist Alex sehr wichtig, den Klientinnen ein möglichst selbstbestimmtes und eigenständiges Leben zu ermöglichen. Wie kann Digitalisierung jetzt aber konkret dazu beitragen, möglichst nachhaltige Arbeitsverhältnisse zu schaffen? Ein großer Beitrag kann gutes Krisenmanagement sein bzw. das möglichst früher Erkennen von sich anbahnenden Krisen. Dies kann auf zwei Ebenen passieren und durch Tools optimiert werden. Einerseits kann auch nach der Vermittlung ein guter Kontakt zur vermittelnden Person von essentieller Bedeutung für die Nachhaltigkeit sein. Dieser im besten Fall sehr niederschwellige Kontakt kann dazu beitragen, dass sich die vermittelte Person bei Problemen oder Schwierigkeiten gleich meldet und ihre Sorgen und Schwierigkeiten möglichst früh mitteilt. Hierbei können die unterschiedlichsten Kommunikationswege sehr hilfreich sein. Das geht von Telefonanrufen, über E-Mails, über Messenger-Anwendungen wie Signal oder WhatsApp bis hin zum persönlichen Gespräch. Bietet sich hier nur die Möglichkeit für die vermittelte Person über persönlichen Kontakt zum Beispiel im Büro von Alex zu reden, ist das eine große Hürde für viele Menschen und führt dazu, dass die mögliche Hilfe gar nicht in Anspruch genommen wird. Durch die Vielzahl an Kommunikationswegen wird diese Hürde viel kleiner und Probleme können schnell und problemlos besprochen werden. Ein weiterer Aspekt der Nachhaltigkeit ist sicher die Vorsorge. Probleme sollten im besten Fall gar nicht auftreten und durch ein regelmäßiges Feedback-Setting vielleicht sogar schon abgefangen werden, bevor diese zum Thema werden. Dass leider viele Organisationen keine Finanzierung über eine Begleitung über die Vermittlung hinaus bekommen, aber natürlich sehr stark daran interessiert sind, dass ihre Klientinnen und Klienten in der Arbeit bleiben, sollte der Aufwand natürlich eher gering sein. Daher kann ein Feedback-Gespräch jeden Monat sehr aufwendig sein und zeitlich nicht leistbar. Abhilfe kann hierbei ein digitaler Feedback-Bogen schaffen, der einmal gut erstellt, einen enormen Mehrwert bietet. Er kann regelmäßig mit ein paar Mauskicks versandt werden und kann auch von der vermittelten Person dann ausgefüllt werden, wenn sie gerade Zeit dazu hat. So bekommt man regelmäßig ein standardisiertes Feedback und kann auf diesem Weg bereits etwaige Risiken frühzeitig erkennen. Zum Beispiel lassen sich personelle Veränderungen innerhalb der Firma schnell erkennen oder auch Arbeitszeitveränderungen, die vielleicht zu Problemen führen können. Oder aber auch persönliche Veränderungen oder Krisen, die sich negativ auf die Arbeit auswirken könnten, können so früh erkannt und dann gemeinsam mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin besprochen werden. Es klingt alles sehr nachvollziehbar und wertvoll für Alex. Allerdings ist sich Alex nicht ganz sicher, ob es denn auch für die ArbeitgeberInnen eine gute Sache ist oder ob das eher störend ist. Das lässt sich pauschal leider nicht beantworten. Hier gibt es mehrere Ansätze der Arbeitgeber oder der ArbeitgeberInnen. Allerdings ist es in unserer Erfahrung so, dass es für die Arbeitgeber, die ArbeitgeberInnen sehr wichtig ist, den Arbeitnehmern oder den ArbeitnehmerInnen möglichst lange zu halten. Daher sind sie in den meisten Fällen sehr froh darüber, dass hier noch ein bisschen Unterstützung da ist, um in schwierigen Situationen zu helfen bzw. es gar nicht erst zu diesen schwierigen Situationen kommen zu lassen. Wie viel Unterstützung und Hilfe hier benötigt wird, muss allerdings immer individuell für jede Firma bzw. die Situation betrachtet werden. In einem Betrieb ist man vielleicht schon sehr erfahren im Umgang mit gewissen Problemen. Daher wird hier auch nicht wahnsinnig viel Hilfe benötigt. Für einen anderen Betrieb ist eine gewisse Situation vielleicht komplettes Neuland und ein bisschen Unterstützung wäre sehr wichtig für die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses und das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen. Für diese Unterscheidung können die unterschiedlichen Möglichkeiten großes Potenzial bieten. So hilft es dem ersten Betrieb vielleicht bereits über regelmäßigen Austausch per Mail oder Videokonferenz eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Der zweite Betrieb braucht hier aber vielleicht mehr und möchte durch regelmäßige Gespräche zu dritt an dem Problem arbeiten. Da aber die zuständige Person in der Firma sehr viel unterwegs ist, sind hier persönliche Treffen vor Ort umständlich. Aber per Zoom oder Microsoft Teams kann hier eine Regelmäßigkeit erreicht werden, die zur Lösung beiträgt. Auch das regelmäßige Feedback von ArbeitgeberInnen oder ArbeitgeberSeite ist sehr wichtig und kann sehr individuell niederschwellig am PC oder Smartphone eingeholt und zentral gespeichert werden, um die Antworten mit denen des Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen zu vergleichen. Für Alex offenbart sich hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die in den unterschiedlichsten Fällen angewendet werden können. Was allgemein gesagt sehr wichtig ist, ist, dass die Betriebe und Situationen in den Betrieben immer sehr unterschiedlich sein können. Doch durch digitale Tools und Möglichkeiten lässt sich hier leichter eine gute Lösung für alle Beteiligten finden. Digitalisierung erleichtert also sehr vieles, da sie Individualisierung für alle meist problemlos zulässt und oft erst ermöglicht.